Hohohoh Hallöchen Ichübis wieder euer KdxD und Willkommen zu einer Folge Badwars auf dem Server goma.net und ich wünsche euch viel Spaß beim gucken von dieser Folge und ja wir spielen auf der Map Ragnar und wenn das richtig geplant alles ist und auch so verläuft wie ich will ist entweder das zweite Video an diesem heutigen Tage oder das erste Video am nächsten Tage irgendwie so es wird schon klappen irgendwie wird es schon klappen gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Gegner oder besser gesagt zum ersten Gegner jetzt eigentlich der ist pink ich wollte schon sagen amina und er lief wahrscheinlich oh einer der mal nicht lief solche Leute gibt es auch noch aufkommen what the fuck community was so jetzt können wir gleich schon zum nächsten Gegner natürlich gehen der scheint mir in der Mitte zu sein und er denkt sich ja gut hab ich gesagt hab ich gesagt ja gut das hab ich aber Leute muss das denn so enden immer ich weiß ja nicht das hab ich jetzt hier schon wieder immer so rasche alles klar das war ein bisschen du bist so eine misset so eine misset bist du geh dich vergraben alter du mit deinem scheiß bow alter gehst mir jetzt schon auf die Eier Team Rot ich weiß ich weiß dass ich im letzten Video ein bisschen übersteuert war oder ja an und für sich wahrscheinlich auch immer noch bin und ihr habt wahrscheinlich auch jetzt noch das Rauschen im Hintergrund das ist leider nicht zu ändern denn das ist ja mein PC-Lüfter und der ist halt so laut jetzt will mich dieser Typ von gerade Team Gelb als Freund adden mal gucken wie er mich beleidigen will edge er ist halt wirklich so dumm und läuft mir hinterher schade ich dachte jetzt krieg ich den noch egal 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 er schreibt nur wow okay also der Luma Typ jetzt will mich bei One-Man-Army in der Party einladen GG das suicide ich mich dann damit wäre der nächste Gegner auch weg und damit auch ein Nachbar von uns umso besser natürlich so wollte ich es haben so jetzt habe ich es auch gleich und der Typ in der Mitte der fuckt relativ ab mit seinem Bogen dann wollen wir mal versuchen ihn zu getten wenn das immer noch der Rote ist was ich allerdings nicht glaube denn da lief gerade ein blauer aus der Mitte weg wenn ich richtig beobachtet habe ja und da kommt er auch schon wieder ja er hängt da jetzt ein bisschen in der Luft rum ich glaube der hat so einen halben Disconnect oder auch nicht alles klar ich weiß halt nicht wie afk der da wirklich gerade ist oder ob der sofort schießt wenn ich komme deswegen gehe ich lieber saven und schieße den mit meinem eigenen Bogen runter blauer hat verlassen ich schieße ihn halt so gerade an und dann so weg ok oh nein wie kam denn der Türkise zu meiner Base oh ne ah scheiße ja gut birds guzz guerrкон guzz guzz Untertitelung des ZDF, 2020